Hallo und herzlich willkommen zu Borderlands 2 und ich muss sagen, es ist heiß, 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 heiß! Schlagen es jetzt zu, solange die Preise noch heiß sind! Ich liebe es, ich liebe es einfach! Sollte Serbo für McDonalds machen! Bandits Head! Bandits Shirt! Geh mich mal wieder zum Robo da! Zum Robo da? Robo da! Wir müssen noch die Hosen finden! Wir müssen noch Hosen finden! Hosen? Hosen müssen wir noch finden! Da liegen sie! Wo liegen die Hosen? So! Werde auf dem Weg, abgeben! Du brennst schon wieder! Ja, danke Reda! Mag ist ja Korosis-Granaten, aber ist ja egal! Ja, du sagst, das ist ein Heider! Der glaubt die ganze Zeit, dass sie brennt! Ich frage es nicht, wenn du scheißt! Ja, du brennst schon wieder! Und niemals vergessen! Du bist eine Little Bitch! Ja, da ist eine Karre! Ja, das ist der Duster! Peace off! Heyo! Rida, steig ein! Wo bist du? In der Karre! Oh, da nehm ich! Der Schild! Der Schild! Der Sniper! Mach mich am Arsch! Oh nein, da hab ich nicht! Oh, der Schild! Der Schild, weiß nicht! Jetzt sind wieder abgetrennte Gliedmaßen! Das ist sehr schwer! Hier nämlich ein Elektro-Sniper mit 1010! Du kannst ihn für ein paar fragen! Hahaha! Jetzt sollen die Banditen höflich nachher ein paar Gliedmaßen fragen! Wir haben es gehört! Ja, das ist ähm... Ja, klar! Hm, wir lassen jetzt ein Schild oder Sniper! Links! Und Vollgas, Wuhle! Und Vollgas, Wuhle! Wo ist die nächste Goliath? Oh yeah! Oh yeah! So fucking fucking yeah! Oh! 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 Irgendwas hab ich doch! Dezent zernag... 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 Haider! Na du! Ja! So ein Hauptbommel, dein Wuhle! Oder so! Ich brauch Leben! Na nit so, Haider! Ja! Da sind Bodyparts! Na! Hm... Sie sollen dir nichts fallen lassen, oder? Doch! Doch! Nee! Bodyparts! Die Booster! Kriegen du wohlfass? Tatsache! Collect Limbs! Ja! Die sind doch eines am Korb liegen! We humans love Choices! Pfff! Uah! Du siehst schon wieder zu Catch Attacken! Ähm... Ja... Naja... Wenn du eh schon da seid, dann teleportier zur Grund rein! Ich hoffe, ich hab ich schon das richtige! Näh! Ich geh zum Duster! Hallo Duster! Hallo Duster! Hahaha! Ich hab's geschafft! Darauf hab ich die ganze Zeit hingearbeitet! Hahaha! Bleib stehen, Bude! Ich bin zu dir! Hahaha! Ich will doch nur noch raus! Na zurück! Aaaaaaah! Was machst du du eigentlich? Huch! 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 Versuchen zu sterben, anscheinend! Keine Ahnung wieso! Duster! Ja? Du musst mir mal was probieren! Nimm mal! Nimm mal! Nimm mal! Weg! Wo ist der Haider eigentlich? Er hat mich aus dem Fahrzeug rausgekickt irgendwie! Das war's! Ich bin halt auf die E-Tuster angekommen! Eins von beiden! Er hat gesagt, du bist auf die E-Tuster angekommen! Let's make face gravy! It's ga- Hat er gerade gesagt, das Let's make face gravy? Ja! So! Ich hab da einen Palace Goliath, ne? Ich sehe die Chance und nicht zu sehen! Ahem! It's getting hot in here! It's getting hot! Was Probleme? Was? 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 Nein! Ich sehe Chancen und Nütze Chancenbohle! Okay! Lenden wir es so! Kräger! Ich hier bring... Du hast einen durchschnittlichen Schaum mit einer Schüssel! Also mit der Haider! Also man sind noch vorher nicht mehr! Du wieder? Tüchen 500! Ja? Du machst 250! Reicht doch mal richtig gute Waffen wieder! Left arm! Lecker! Solidier wieder! Ah, nein! Wurst und Besorgenbohle! Ja bitte! It's getting hot in here! It's getting hot in ha! Da kriegst du auch auf! Hm! Piss auf! Soll ich sicherlich rauf gehen! Da! Flucht! Hallo! Lover sleep! Hast du dich darunter gestützt? Hey, was geht dir? Da ist ein Toilette! Hallo Toilette! Hallo Toilette! Sehr schön! Ab ins Doof-Mobil! Zu der Retardo-Mobil! Willst du dich jemand grad mit mir anlegen? Fragezeichen? Vielleicht, vielleicht auch nicht! Vielleicht hat er... Da ist ein Toilette! Und so... Vielleicht hat er dich... Ja! Ähm... Das da? Da? Hast du dich darunter gestürzt? Hast du eigentlich auf diesen Knopf gedrückt? Welchen Knopf? Crisis Consulting! Es gibt Hoffnung! Mach den Druck! Nein, das ist das... Das ist das... Das ist das... Das ist der Anfang! Ich bin mein Heroin! Das ist der erste! Achso... Ähm... Ja, wer denn er war nebenbei an den Bettesringen! Bitte? Ja, wer denn nebenbei an Bettesringen! Wo gibt's denn eine? Es gibt Bettesringen! Eieieiei! Slack Psycho! Super! Und die beschießen auch noch mit Slack! Äh, was hast du erwartet? Wird von Echen und mir helfen? Nein! Ich hab' mir gehen! Ja, dann bin ich ja auf! Damn! Das wird mir auch was richtig Lust für mich wollte! Okay! Hey, Heider, das hat man ja was richtig tun! Ja... Das ist... Der ist natürlich... Damn! Haben wir damit ein Goliath abgequitten? H der Kuhl! Hier gibt's denn ein Danke-Kump-Verrsche! 14.000 Schaden, ach du Scheiße. Für mich sind sie 30.000. Ja, trotzdem haben wir den Typen weggekillt. Nein. Gut. Ich muss auf diesen Vulkan rauf. Because of reasons. Ich bin tot. Du bist schlecht, stirb endlich, du dummes Au. Die Hyperion Corporation ist mortality. Ich habe endlich immer noch dein Klaas-Motor. Hint, hint, hint. Trauer noch garer. Wir haben da noch einmal, einmal müssen wir noch Limbs besorgen. Seid ihr da dran oder? Wir holen die letzten Gliedmassen. Gehen unlocked. Man kann übrigens auf diese riesigen Pipe gehen. Damit meine ich jetzt nicht, dass du dir... Hey, hier ist noch ein Vault Symbol. Yes. Oh, hallo. Der letzte Gliedmassen. Tschüss. Und man kann irgendwie auf diesem Vulkan rauf. Die letzte Gliedmassen. Die dürfte da sein, wo der Riedergott schon rauf. Hey, Wohle. Ja, ich bin da herkommen. Ja, ich bin da weg. 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 Also wenn ihr dort hochkommt, seht ihr das Easter Egg von Herr der Ringe. Wo? Zum Vulkan rauf. Was ist denn das Easter Egg von Herr der Ringe? Ein Gollum? Was glaubt ihr mit einem fetten Vulkan, wo ein Easter Egg für Herr der Ringe sein? Ja, das ist ein Gollum. Oder ein Ring. Oder irgendwas. Falsch. Ein Psycho wird auftauchen. Dich fertig machen. Ja. Toll. Da hinten haben wir auf jeden Fall mal einen Korb mit Limbs. So, ich muss auf diese Pipe rauf. Irgendwie. Oh mein Gott. Ein Lootruhen. Höteres. Kill it. Kill it now. Oh mein Gott. Der bindet sich echt die Dinger an. Naja. Was hast du erwartet? Ähm. Explosionen. Shotgun! Mit Corrosive Schaden. Oder SMG mit Corrosive Schaden. Shotgun. Nur wenn du Dings denn, Yosheen, oder? Ja, das war eigentlich sogar mein Dings. Watt auf. Halt auf. Ja. Da hat. Mell hat endlich das Geheimnis wahre Mensch. Menschseins entdeckt. Er braucht all den. Deine Hilfe. Mel! Mel! Feed Mel. Damit ihn wiederbeleben hast du jetzt an, Gott? Ja, wieder. Danke. Habt ihr es da? Nee. Auf zu Dachter. Da geht es gerade ziemlich ab. Na, König. Hier kommt ein Haider. Danke mir später. Hey, Slick-Sniper. Okay, das schaffe ich nicht. Kleine Frage, äh, das da gibst du einen Gott aufs Maul, oder? Ja. Den kommst du aufs Maul. Ich hab ihm aufs Maul gegeben. Aber er ist Stufe 31. Ah, wer? Rieder? Der Raster ist das Maul. Nee, ich mach da schon Blatt, keinen Stress. Ich werde ihn gleich wieder hinterher finden. Oh, da unten ist der Buhn, okay. Das ist Hohn. Ich düse mal zu dem runter. Du bist da, er hat den Kopf. Mach auf den Pfeil. Bole, hab ich los. Get on the Pipe. I have to get on the Pipe. Ich muss drauf. Mule? Ja. Hui. Nee. Doch. Nee. Doch. Grandmas Haus. Warum bin ich plötzlich bei Grandmas Haus? Schau mal Duster, er wird nicht von mir getötet. Sondern von Deathdrugs. Duster beeil dich. Hey, man kann die Schüsseln zerstören, diese Glitenschüssel. Deathstrap gibt sich da nämlich gerade das volle Programm. Ich sehe einen Duster laufen. Da ist ein Autocannon. Mule ist fast tot. Oh, Bier. Eier, wie bist du da auf dem Vulkan aufgekommen? Frag mich nicht, ich bin bei Grandmas Haus. Sehr schön. Ich denke, ich bin sehr gut in diesem Kampf. Ist Mel tot endlich? Ja. Niemand kann Mel töten. Ich fühle Angst. Das muss sein, dass ich Mensch bin. Das muss sein, dass ich Mensch bin. Ich bin Mensch. Ich bin Mensch. Das ist das beste, was ich will. Der Robo ist ja komplett irre, oder? Der war cool. Der ist super. Warte mal. Red and done February. 4.682 x 2 Schaden. Ja? Magazine Size 1.400. Would I lie to you? Consumes two ammo per shot. Plus 50% Love. Plus 3.000% Damage. Das Ding wird uns doch kaputt machen, wenn wir es benutzt, oder? Was? Die Waffen kann nicht echt sein. Die ist echt. Was ist echt? Die Questbelohnung. Feuerrate plus 3.000% 2.000% Könntest du mal bitte auf Grandmas Quest wechseln? Das wäre super. Was? Was brudelt da eigentlich so die ganze Zeit? Ich hab Hunger. Wo sag mal denn? Capture the Flags oder The Chosen Run? Warte mal. Wie hast du das? Grandma! Da. Dankeschön. Ich muss nämlich die Blumen finden, bevor ich den kille. Nooo. Kann mich jemand abholen? Ja, gern. Ich bin unterwegs. Wo bist denn das da? Ähm, recht in deiner Nähe. 6. Weißt du noch, wo wir verzweifelt nachdem wir andere Briefkasten gesucht haben und vor der Mauer statt? Ja. Da bin ich grad. Ich lauf grad in die Richtung nach unten. Oder wo kommst du, oder? Durch das Tor, wenn. Na ja. Warte mal, wir mit dem Auto holen und lauf da. Warte mal, schauen wir mal auf die Karte. Wo sind die fucking Flowers bei Grandma's House? Das da. Ja, ich komm zu dir. Entweder du fährst oben rum oder unten rum, ist scheißegal. Ja. Ja, ich fahr oben rum. Es geht schon, es geht schon. 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 Jaaaa. Aber Hauptsache, die Schweine killen Roland. Wo zum Teufel sind die Blumen? Na, auf Gott. Deshalb denk ich nur an Menschen geben, der es das muss, sodass Roland sterben wird. Oh, du kommst wohnen. Bleib stellen. Wir warten, dass das großzert sind. Sind sie bei der Karte, der Autor? Ah, verstehe. Nicht bringen um. So. Jetzt müssen wir wohin? Einmal wo müssen wir hin? Pick up Flowers from Grandma's House. Mal weiter. Ja, Marie. Ja, geradeaus. dann aus und dann rechts ne halt stopf links links fahr zurück da ist doch du bist in der Nähe von einer Blume muss links und dann oben und unten über die große Brücke weiter links halten ich schau selbst gerade mal nach Moment pick up flowers von Grandmas Haus Mann ja das da wir haben es verstanden ich hab alle und jetzt stirbt was sind denn das überhaupt für Attacker MRADA 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 ich hab die perfekte Waffe dafür Alter wie kommt es ja da rauf ich bin einfach rundherum gelaufen das ist sehr hilfreich 1-2-1-0 NOX 26000 critical ah er war's du hast die Bandits ok ok komm ich hoffe alles ist ok ok ich sag es ist ein Wolf und ein fettes Gag das wär's ja wie zum Teufel bist du da rauf gekommen ich bin einfach rundherum gelaufen hey da das ist kaggeile Ongorpe ich weiß selbst nicht wie ich da rauf gekommen bin ok ich bin einfach den Weg weiter gelaufen plötzlich war ich da ja ich war's auch wo du hingehauen es ist ein Goliath das ist ähm Grandmaser Goliath das ist verwirrend warte auf mir warte auf mir und tot ist der Goliath wieso fand ich die Grandma Rieder was treibst du da so abseits da ist Grandmas Haus ok ok ich hab wohl check mir und Grandma ich hab was es doch gerade am Vulkan hier oben gibt Grandma ist tot der Temmelsang ähm äh oh I'm sorry 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 ähm haha hehehehe thank Gott I was so worried you killed those bandits before they could murder old Grandgrant and you know what now I don't even have to pay them so oh Danke, Loser! Danke für die Hilfe, Mann. Ich werde dich trotzdem töten. Ich brauche. In diesem Sabertooth Cauldron sind wir ja mehr oder weniger... Warte mal, wo haben wir denn die Quests da? Da! Da geht's zum Cauldron! Sehr nice! Na denn? Wir laufen mal zum Cauldron. Hey, du hast nicht mehr viel Zeit. Ich geh jetzt aber weit runter! Was heißt, ich habe nicht mehr viel Zeit? Ja, ich werde gleich teleportieren. Hier unten, wir können blockieren. Gibt es hier vielleicht noch irgendwo Satellitenschüsseln, die man töten kann? Was ist das nicht? Hallo? Lootgun! Goon, Loot, Goon, Loot, Lootgun! Drüben im Lager, da wo der... Dort kommt in 5 Sekunden. Warte noch, ich habe etwa... Die Lootgun müssen wir noch killen. Nee, müssen wir nicht. Wohle, frisches Loot. Nein. Warte, halt! Savertooth Cauldron. Das schaut irgendwie... Cool aus. Mhm. Bei mir ist es Saw... Sawtooth Cauldron. Ja, tu, natürlich, hast du es auch. Wohle, weißt du übrigens, worauf die Waffe anspielt, diese Sniper? Weiß ich nicht, ich weiß nur, dass ich da Pistolen hab und da mal testen möchte, ob sie wirklich so verschauen macht, wie auch geschrieben ist. Haida, halt mal zur Stelle. Hm, weiß ich nicht was. Warte, lass mich mal draufschießen auf die. What the f... What the f... What the f... Drop sie mal. Na, die habt sie auch. Das ist die... äh, die Questbelohnung von... Autocrack den Faber. Ja. Was, mag ich denn die Größe 1.574? Die Faber, ja. Ja. Warte, die Faber. 55% Liebe? Ja. Plus 3000 Schaden? Ich hab nur 64 Moritzschel. Alter Schwede. Und ich hab ein ganz linger Mod. Okay, wir haben mal wieder Nebenquests, ey. Das war ganz linger. Ganz jörg Avengers. Oder? Gib ihn mal rein. Danach läuft er grün an. Ich hab da ne geiles Plasma-Caster. Sprich eine SMG mit 428 Schaden. 83,9 Genauigkeit. 8 Feuerrate. 2,7 Landegeschwindigkeit. 41 Schuss im Magazin. 294 Corrosive Schaden die Sekunde. Und 15% auch Schaden. Must get this shit. Hast du das vorgelesen? Ja. Ja, ein Porno für mich. Du steh. Warte mal. Ganz linger Mods, bitch. Lass er mal ausprobieren an dir. Oh. Lächelt lang nach. Wie? Leck mich am Arsch. Das ist das erste Mal, dass so ein Teil abgeht bei mir. Kann ich das dann haben? Gleich. Ich will es mal an einem anderen ausprobieren. Wenn wir jemanden finden. Okay. Ach du heilige Scheiße. Das ist episch. Die ist aber nicht normal, die Wurfen. Der Revolver, oder? Ja. Sauber. Wie? Ja. Da! Das da? Wie? Ja. Wie? Was war das gerade Dasta? Das da gibt wer! Wo ist er? Wo ist er? Den kommt der da. Ja. Okay, sie ist keine Ferienkampfwaffe. Dasch da. Dasch da. Ja? Please. Mule. Wo bist du? Ulgur. Wo der? Warte. Sag doch irgendwas. Habe ich auch nicht. Fast nicht. Hat ja noch Ulgur gesagt. Ja. Hast du sie aufgenommen? Und die schauen auch noch geil aus. Ach nee. Fuck. Danke, Laster. Der Schuss fliegt jetzt sehr langsam. Das ist der Nachteil von der. Von meiner? Ja, von der Pistole. So, von der Pistole. Ich habe ihn einmal erwischt. Ich suchte, der Bate ist im Gild gebraucht. Ah, Kinders. Welcome, welcome, faithful listeners, to Kai's Corner, episode 98. Pandora's crap. Nobody's heard of me here. Uh, hello? 5 Billion Echocash Subscriber's. Maybe get out of the Stone Age, douchebags. It is you. Finally, a fan. Yes, Kai. Kai's Corner. Autograph costs a buck. No, 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 no. It is you, the chosen one. Chosen one? Quickly, into my store. We haven't the moment to lose. Ja, ist gut. Ja. Okay, na denn, bis zum nächsten Teil, Leute. Servus. Ciao.